Hallihallo meine lieben Leseritter! Heute gibt es meine Einkäufe von der Buchmesse. Ich war am Samstag da und ich hatte vier Stunden Verspätung durch das Wetter, durch Stau, durch Umleitung. Ja, und ehe man mal so auf dem Parkplatz ist, dauert das ja auch so eine Weile. Also ich hatte echt Pech, aber ich habe es durchgezogen und habe mir elf Bücher geschnappt, beziehungsweise eins habe ich noch da oben, das habe ich mir signieren lassen. Kleinen Moment. So, jetzt stimmt es, jetzt sind es zwölf und ich würde sagen, fangen wir nochmal an. Und zwar habe ich hier die Blausteinkriege Teil 1 von T.S. Orgel, also das sind zwei Brüder und da habe ich leider die Lesung verpasst gehabt und ich hatte das Buch schon im Regal stehen und habe so gedacht, das nimmst du mit, dann kannst du es dir signieren lassen. Ja, die Lesung hatte ich leider verpasst, aber mein Kumpel war so nett und hat sich getraut, die beiden anzusprechen und sie haben mir dann noch ein Autogramm gegeben und ja, das fand ich ganz, ganz nett, weil jetzt brauchte ich nicht an der langen Schlange anstehen, sondern konnte direkt mit ihnen sprechen. Das sind zwei ganz nette Leute und sie haben sich echt mit uns unterhalten, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich fand es ziemlich cool und ja, das ist meine erste Errungenschaft. Da ich nicht mehr ganz so viel Zeit hatte, auf der Messe zu bleiben und ich bleibe immer nur einen Tag, habe ich dann geguckt, was man noch alles shoppen kann und habe so meine Lieblingsverlage abgeklappert und dann habe ich ein Buch entdeckt, was ich schon mal überlegt hatte, mir zu kaufen, bei dem ich aber nicht ganz sicher war, ob es mir gefällt und jetzt habe ich es einfach mitgenommen und zwar handelt es sich um Young Elites, die Gemeinschaft der Deutsche. Das ist ja so ein Fantasy-Jugendbuch und ja, ich war mir nicht so ganz sicher, ob es das für mich ist, aber ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Stimmen dazu gehört, die sehr positiv waren und der Hauptcharakter, oder besser gesagt die Protagonistin, soll wohl nicht so 0815 sein, sondern eher so auf der bösen und gemeinen Seite sich befinden und das fand ich sehr ansprechend und darum habe ich das mitgenommen. Als nächstes haben wir ein ganz unbekanntes Buch und zwar ist es Tion Kallai, Die Tochter der Weißen Wölfin von Esther Maria Herens, ist aus dem Spiegelberg Verlag und als ich da vorbeimarschiert bin und kurz mal geguckt habe, kam die Autorin direkt auf mich zu, hat mir so ein bisschen erzählt, worum es in dem Buch geht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen schief, oder? Und ich glaube, das geht auch so Richtung Jugendbuch, aber sie meinte, das ist so All Age und ja, das ist, glaube ich, eher so ein unbekannterer Roman. Ich hatte den nur mal auf Amazon gesehen und war mir nicht ganz sicher, ob ich es kaufen soll oder nicht, weil auch gar keine Rezensionen dazu da waren und jetzt habe ich es einfach mitgenommen und ich kann ja mal vorlesen, worum es geht. Die Halbwölfe Neolith ahnt nichts von ihren magischen Kräften, als sie ihrem kleinen Bruder Flick das Leben rette. Dass sie damit gegen die Gesetze ihres Brudels verstößt, ist jedoch nicht ihr größtes Problem. Wenn da es ein Drachenreiter im Wald auftaucht, ist es ausgerichtet ihre Mutter, die sie drängt, das Brudel zu verlassen. Neolith folgt dem Fremden in die Schule der Einhorn- und Drachenreiter, einem Ort voller Menschen und anderer bedrohlicher Wesen. Doch nicht hier lauert die wahre Gefahr, die Reiter interessiert mehr als nur Neoliths magisches Talent. In der Weißen Stadt wird ein Netz aus Intrigen um sie gesponnen, das es ihr unmöglich macht, Wahrheit und Lüge, Freund und Feind voneinander zu unterscheiden. Ja, also ich finde, das klingt wie so eine Mischung aus High- und Jugendbuch-Fantasy und ich bin darauf echt gespannt und sie hat es mir auch signiert. Was ich ganz nett fand, war auch eine ganz, ganz freundliche Person. Also ich muss immer wieder feststellen, dass die Autoren und Autorinnen doch alles ganz normale, liebe, nette Menschen sind und man denkt ja immer so, oh ja, ich traue mich nicht, sie anzusprechen, aber doch. Also ich glaube, da kann man nichts falsch bei machen, sondern kann man nur bessere oder gute Erfahrungen sammeln, wenn man selber schreibt auch. Und zu diesem Band gibt es auch eine Fortsetzung des Geheimnisses des Alten Wolfs, das soll wohl im Sommer erscheinen und das soll wohl auch eine Trilogie werden. Ups, jetzt habe ich es weggesmissen. Jetzt habe ich als nächstes einen dicken Schinken entdeckt, von dem ich vorher nach gar nichts gehört habe, sonst hätte ich ihn euch auch mal vorgestellt. Und zwar geht es um Gwendel, ich hoffe, man spricht es so aus, von Caroline Ronnefeld oder ich hoffe, es ist deutsch. Und das sieht doch echt interessant aus, oder? Das ist so ein bisschen auf alt gemacht. Und hier ist auch eine super schicke Karte drin. Das ist jetzt nicht signiert, wie gesagt, das habe ich auf dieser Fantastik-Buchhandlung entdeckt. Und ich dachte erst, es geht so ein bisschen um, oder in die Richtung Grendel. Also, ich weiß nicht, war das die Beowulf-Saga? Ich weiß es nicht, aber als ich den Klappentext gelesen habe, ist es eine ganz andere Geschichte, also hat nichts mit der Sage zu tun. Und ich bin echt mal gespannt, wie dieses Buch mir gefallen wird. Es sieht sehr dick aus, aber es hat letztendlich doch bloß, ja, nicht mal 450 Seiten. Also, kann man doch schnell weglesen, auch wenn ich erst gedacht hätte, mein Gott, was für ein Schinken. Ich glaube, das hat man dann doch relativ schnell durch. Umso besser für mich, denn es warten ja noch viele andere. Und dann habe ich als nächstes den einzigen Programmpunkt auf meiner Liste geschafft, auf den ich denn tatsächlich noch erwischt habe. Und das war mir tatsächlich auch am wichtigsten, denn es geht um die Klinge des Schicksals von Markus Heitz. Er hat nämlich eine Lesung gehalten und hat über sein neues Buch erzählt. Und der Buchschritt ist übrigens auch wunderschön. Und ja, da konnte ich dann in aller Ruhe zuhören und habe mir im Anschluss auch noch ein Autogramm geben lassen. Und das finde ich, ich fand es so cool, mal den Meister persönlich kennenzulernen. Und ich habe mir auch noch eine Autogrammkarte geholt. Und darüber bin ich sehr froh, dass ich das bekommen habe. Und ja, das darf jetzt in mein Markus Heitz-Regal mit einziehen. Das ist jetzt hier unten. Das sind die restlichen Bücher. Ja, mal gucken, wann ich es lesen werde. Ich komme immer nicht dazu, aber ich nehme mir jetzt eigentlich vor, die Bücher, die ich jetzt relativ neu gekauft habe, auch relativ schnell zu lesen, damit es so ein Ausgleich zwischen alt und neu ist, sozusagen. Ich habe mir gekauft, was ich euch ja auch in den Neuzugängen für März vorgestellt habe. The Shape of Water von Guillermo del Toro und Daniel Kraus. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, der Illustrator, wenn ich mich nicht irre. Weil es sind Bilder drin, die ich jetzt nicht finde. Ja, es sind Bilder drin. Hier zum Beispiel kann man das sehen. Das war ja diese Geschichte von dem Genexperiment mit so einem Fischwesen. Und dann entdeckt ihn ja irgendwie so eine Putzfrau und verliebt sich in ihn. Und er soll ja sozusagen für Experimente genutzt werden. Und sie versucht, das dann zu verhindern. Und das soll wohl eine ganz besondere Liebesgeschichte werden. Und das wird ja jetzt auch verfilmt. Es war ja auch so ein Aufkleber drauf, aber ich habe die Angewohnheit, alle Aufkleber auf meinen Kammern wegzunehmen, weil mich das stört. Und vielleicht, wenn ich das Buch gelesen habe, werde ich mir vielleicht mal den Film angucken. Aber nur vielleicht, weil ich bin nicht so der Filmemensch. Weil mir dauert das immer ein halbes Jahr. Ich mal einen Film gucke und ins Kino gehe ich eigentlich gar nicht. Dann habe ich mir endlich den zweiten Teil von Splitterwelten geholt von Michael Peinkofer. Da gab es ja den ersten Teil. Den habe ich Ende Dezember als letztes Buch 2017 als Hörbuch gehört. Ich glaube, das wisst ihr noch gar nicht, weil ich euch vergessen habe, das zu erzählen. Auf jeden Fall hatte ich davon noch die alte Ausgabe da mit Illustrationen drin. Und dann gab es ja ewig keine Fortsetzung. Und letztes Jahr im Oktober sind sozusagen die Folgebände, oder ich glaube, erst mal nur Band 2 erschienen. Und der ist gar nicht so dick. Ich hatte gedacht, die sind ein bisschen dicker. Und ja, den musste ich mir natürlich gleich holen. Das hier ist jetzt Nachtsturm und ich bin gespannt, wie die Fortsetzung davon aussehen wird. Das Buch, auf das ich irgendwie gefühlt ein Jahr gewartet habe, weil es im letzten Jahr, im April, erscheinen sollte. Und ich habe euch das, glaube ich, auch in den Neuzugängen vorgestellt. Ich weiß nicht, warum es immer wieder verschoben wurde. Jetzt habe ich es jedenfalls gesehen. Ein Exemplar lag noch da und das habe ich mir gekrallt. Und zwar ist das Schwarzer Soll von Adrian Selby oder Adrian. Hier geht es ja um so eine Söldnergruppe und nach und nach werden irgendwie die Mitglieder davon ermordet. Und das Geheimnis gilt es halt aufzudecken und da bin ich echt mal gespannt drauf. Und das Tolle an dem Buch ist, man kann es total weit aufklappen, ohne dass man eine Leserille bekommt. Das ist richtig geil. Das ist so ein Wabbelbuch, so ein Gummibuch. Und ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern, ehe ich es lesen werde. Hier ist auch so eine schöne Karte drin. Könnt ihr das sehen? Ich weiß immer nicht, wie die Kamera das aufnimmt. Ja, da bin ich auch mal drauf gespannt. Dann habe ich ein Klassiker unter der Fantasy-Literatur in Neuauflage und das dazugehörige, ja, neu erschienene Buch. Und zwar ist es einmal Das letzte Einhorn von Peter Spiegel. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Und ich finde die Ausgabe wunderschön, weil bis jetzt gab es immer nicht so wirkliche Ausgaben, die mir gefallen haben. Und jetzt habe ich es einfach mal mitgenommen, weil es wirklich eine sehr, sehr schöne Ausgabe in der Hobbit-Presse gewesen ist. Und passend dazu habe ich mir dann noch In Kalabrien geholt, auch von Peter S. Beagle. Das ist auch eine Geschichte über Einhörner, irgendwie in Süditalien. Und es geht um Claudio, der lebt da irgendwie so zurückgezogen. Da war die Kamera kurz weg. Also wir haben noch zwei Bücher. Und zwar die 13 gezeichneten von Judith und Christian Vogt. Das lag auch bei der Bastai-Lübbe, bei dem Bastai-Lübbe-Stand mit aus. Und das hatte ich auch auf dem Wunschzettel. Ich glaube, das kann man auch so schön aufschlagen, aber nicht ganz so weit. Und da weiß ich gar nicht, worum es eigentlich genau geht. Aber als ich mir das damals durchgelesen habe und auf die Wunschliste geklatscht hatte, fand ich es doch interessant. Und ich finde auch die Karte hier drin wieder ziemlich cool. Mit so einer Stadt eingeteilt irgendwie. Die 13.5., also dieses Buch scheint es mit der 13 zu haben. Und ja, auch auf diese Geschichte freue ich mich. Und dann als allerletztes haben wir von dem anderen Meister der Fantasy in Deutschland noch ein Buch. Und zwar von Bernhard Hennen. Die Chroniken von Azur, der Verfluchte. Das muss ich mir natürlich auch holen. Wenn ich mir Markus Heitz hole, muss ich mir natürlich auch Bernhard Hennen holen. Und wie immer ergänzen sich die beiden perfekt. Denn das hier hat einen hellblauen Buchschnitt. Das ist ja Ende Dezember 2017 erschienen. Hier ist sogar noch der Kassenzettel drin. Und soll der Auftakt einer neuen Reihe sein? Es geht um Milan Tomero und der soll dem Amt des Erzpriesters folgen. Aber er hat keine richtige Lust darauf. Dass sein Schicksal vorherbestimmt ist. Und er rebelliert und gerät in ein Netz aus Intrigen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das als Reihe passiert. Ob er sein Niveau halten kann. Oder ob das vielleicht ein bisschen schwächer ist als die Elfenromane. Naja, wir warten mal ab. Das war jedenfalls das letzte Buch vom Buchmesse-Haul. Wenn ich schon mal so spät dran war, habe ich keine Mühen gescheut, alles einzusacken, was ich gesehen habe. Naja, alles vielleicht nicht, aber viel, was ich auf dem Wunschzettel hatte. Und ich kam überhaupt nicht dazu, irgendwas zu filmen. Sonst hätte ich euch vielleicht noch ein paar Impressionen reingeschnitten. Also ich habe ein einziges Foto von Markus Heitz gemacht. Aber das ist mehr so von weiter entfernt. Ja, also das ist nicht so gute Qualität. Und naja. Mir hat es aber trotzdem gefallen. Ich fand es durch das Wetter halt ein bisschen schade, dass ich so wenig Zeit hatte. Aber ich habe es geschafft, wieder da zu sein. Und wenn ihr da wart, hoffe ich, ihr hattet auch Spaß auf der Buchmesse und habt ordentlich abgesahnt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich weiß, ich habe schon lange keinen Lesemonat mehr gemacht. Und Neuzugänge hatte ich in letzter Zeit nicht viel, weil ich habe mich echt zusammengerissen. Eben, weil ich dann auf der Buchmesse sehr viel zuschlagen wollte. Also werde ich in nächster Zeit, vielleicht jetzt Ende März, mal den Januar, den Februar und den März als Lesemonat dann zusammenfassen. Also geduldet euch noch ein bisschen. Aber es kommen auf jeden Fall wieder Videos von mir. Und bis dahin sage ich mal, ciao, eure Julia.